Wir begrüssen Sie ganz, ganz herzlich zum Webinar Interprofessionelle Zusammenarbeit auf der Intensivstation, das wir zum Internationalen Tag der Logopädie sowie im Rahmen der Jubiläumsveranstaltungen 50 Jahre Studiengang Logopädie an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich durchführen dürfen. Vielen Dank für das Interesse an dieser Veranstaltung. Mein Name ist Yvonne Farni und ich bin Dozentin an der HFH und mit mir zusammen in diesem Webinar ist Sandra Hauptner, Pflegeexpertin vom Stadtspital Zürich. Sandra, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir dieses Webinar gemeinsam gestalten dürfen. Bitte stelle dich kurz vor. Hallo Yvonne und hallo alle zusammen. Ich freue mich auch, dieses Jubiläum mit dir hier repräsentieren zu dürfen. Ich stelle mich kurz vor. Mein Name ist Sandra Haubner. Ich bin Pflegefachfrau. Ich habe vor ungefähr 20 Jahren meinen Nachdiplom-Studiengang zur Intensivpflege gemacht und später an der Universität Basel Pflegewissenschaften studiert, was dazu geführt hat, dass ich jetzt als Pflegeexpertin am Stadtspital Zürich, am Standort Weid und Trimli arbeite, unter anderem am Institut für Intensivmedizin. Und Yvonne und ich haben uns dort kennengelernt. Daher auch diese interprofessionelle Zusammenarbeit und dieses Thema, wo wir gerne zusammen repräsentieren möchten. Genau, weiter. Du kannst bitte weiterblättern. Noch ganz kurz zu meiner Person. Ich habe 14 Jahre lang als klinische Logopädin am Stadtspital Zürich gearbeitet. Zehn Jahre davon war ich Leitung Logopädie. Zunächst am Standort Weid und knapp zwei Jahre dann standortübergreifend, Standort Weid und Trimli zusammen. Therapeutisch war mein Schwerpunkt, klar, in der Diagnostik, Therapie und Beratung von Patienten mit Dysphagie, also mit Schluckstörungen. Und dabei vor allem die Arbeit mit betagten und hochbetagten Personen war so mein Fokus. Und eben auch diese Arbeit, wo Sandra und ich uns kennengelernt haben, auf der Intensivstation. Nun bin ich aber seit Sommer 2020 in der Ausbildung tätig als Dozentin und freue mich, dass ich mein Wissen, mein praktisches Wissen nun an die Studierenden weitergeben darf und eben so wie heute auch in einem Webinar an Interessierte. Ich möchte noch einige Worte zum Ablauf und zum Inhalt dieses Webinars sagen, bevor wir mit dem Programm starten. Wir haben die Möglichkeit, dieses Webinar auch etwas interaktiv zu gestalten. Also das heisst, Sie dürfen Fragen stellen. Wir haben den Chat offen und versuchen, diese zeitnah oder wenn es für uns gut passt, auch in die Präsentation einzubinden. Und was ganz, ganz wichtig auch noch ist zu sagen, wir werden dieses Webinar aufzeichnen. Das darum auch, weil viele Personen heute auch nicht hier sein können und dann die Möglichkeit haben, dieses Webinar zu einem für Sie passenden Zeitpunkt nachschauen zu können. Nun zum Programm, wie Sie in der Ausschreibung bereits lesen konnten, möchten wir hier die Arbeit auf der Intensivstation anhand eines Fallbeispiels erzählen. Ich stelle Ihnen gleich die Frau Guckisberg vor. Sie repräsentiert die grosse Gruppe der chronisch-kritisch kranken Patientinnen, auf die wir eingehen möchten in diesem Webinar. Wir möchten einen Schwerpunkt natürlich auch legen, weil das ein ganz wichtiges Thema ist, auf der Intensivstation bei Patienten, die logopädisch betreut sind. Das ist das Trachealkanülenmanagement und dabei eben einen Schwerpunkt auf das interprofessionelle Zusammenarbeiten legen. Dann natürlich ist es mir wichtig, dass wir auch zeigen können, was wir als Logopädinnen auf der Intensivstation machen, welche Gefässe wir für den interprofessionellen Austausch haben und natürlich auch nicht verschweigen, was für Herausforderungen und allenfalls Stolpersteine uns da in dieser Arbeit begegnen. Und am Schluss verabschieden wir uns von Frau Guckisberg, wenn sie dann aus der Intensivstation austritt und auf die Normalstation verlegt wird. Nun zunächst noch einen kurzen Ausblick auf das Berufsbild der Logopädie, was vielen Menschen nicht bewusst ist. Und gerade auch hier im pädagogischen Umfeld, in dem wir uns an der Hochschule für Heilpädagogik bewegen, ist es so dieses Klischee, das man hat, dass die Logopädie vor allem, wie man hier auf dem linken Bild sieht, mit Kindern arbeitet, die sprachliche Probleme haben in der Artikulation, Grammatik, Wortschatz, allgemein im Spracherwerb. Was aber vielen nicht so bewusst ist und was vielleicht auch nicht so bekannt ist und aber in der letzten Zeit enorm an Bedeutung gewonnen hat, das ist die Arbeit von Logopädinnen und Logopäden im Erwachsenenbereich. Das kann ambulant stattfinden in einer Praxis, in der Reha, im Akutspital und dort eben auch, wie man auf dem rechten Bild sieht, auf der Intensivstation. Und diese Arbeit bekannter zu machen und aufzuzeigen, warum die interprofessionelle Arbeit hier so wichtig und gewinnbringend ist, für die Betroffenen, aber auch für uns als Teammitglieder, das ist das Ziel des heutigen Webinars. Nun möchte ich Ihnen Frau Guckisberg vorstellen. Frau Guckisberg ist 75 Jahre alt und sie war eigentlich vor dem Eintritt ins Akutspital komplett selbstständig. Sie lebt in ihrem Einfamilienhaus. Sie hat in einem Einfamilienhaus gelebt mit einem grossen Garten, den sie auch selbstständig gepflegt hat. Sozial ist sie gut eingebunden in der Nachbarschaft und in der Familie. Sie hat einen Sohn, der in der Nähe wohnt und mit dem sie einen sehr guten Kontakt hat. Leider hatte Frau Guckisberg einen sehr schweren Sturz, bei dem sie sich ein schweres Schädelhirntrauma zugezogen hat und muss dafür auf der Intensivstation versorgt werden. Aufgrund der Schwere ihrer Erkrankung ist sie beatmungspflichtig. Sie hatte vorbestehend auch schon einige Erkrankungen, was sehr typisch ist für Patienten ihrer Altersgruppe. Sie hatte bereits Probleme mit dem Herzen, sie hatte einen Diabetes mellitus Typ 2, sie hatte Bluthochdruck und sie war mangelernährt. Im Verlauf hatte Frau Guckisberg auf der Intensivstation eine Lungenentzündung erworben, eine sogenannte Aspirationspneumonie. Zudem ist sie teilweise delirant, das heisst, sie ist nicht orientiert und verwirrt und kann die Situation, in der sie sich jetzt gerade befindet, nicht gut einschätzen. Aufgrund der Bettlägerigkeit und auch im Zusammenhang mit dieser Mangelernährung hat Frau Guckisberg an mehreren Druckstellen entwickelt, sogenannte Dekubiti. Und aufgrund dieser intensivmedizinischen Behandlung und der Immobilität hat sie zudem eine sogenannte ICQ-Acquired Weakness, also eine erworbene Muskelschwäche, entwickelt. Genau, Patientinnen wie Frau Guckisberg, die haben schwere, komplexe gesundheitliche Probleme und dies führt natürlich dazu, dass sie komplexen Unterstützungsbedarf brauchen. Und deswegen bietet sich das hier auch an, dass wir anhand von diesen komplexen Patientenfällen diese Interprofessionalität aufzeigen, zeigen, denn komplexe Probleme brauchen spezifische Therapien und auch Fachspezialisten und Spezialistinnen, die in ihrem Bereich uns dann weiterhelfen können auf der Intensivstation. Ich möchte das einfach anhand von diesem Bild, Sie sehen da auch ganz viele Personen und Sie müssen sich dann so vorstellen, dass man diese Patienten zum Teil bei allen Körperfunktionen unterstützen muss. Das ist von der Körperpflege, Wundpflege, bei der Bewegung, wie man sie an den Bettrand setzt, wenn das überhaupt schon geht, bis in den Lehnstuhl heraus, sie von der Beatmungsmaschine entwöhnen muss. Das ist auch etwas sehr Komplexes, auch wenn sie tragotomiert sind, auch die Atemmuskulaturen wieder aufzubauen, Präventionsmaßnahmen durchzuführen. Wir müssen sie beim Essen und Trinken unterstützen, also entweder auch Essen eingeben, wenn sie Schluckstörungen haben oder die künstliche Ernährung. Es ist sehr komplex, diese intensivmedizinische Behandlung. Und natürlich gehören auch da die Angehörigen mit dazu, die auch vor Ort sind, auch sehr gestresst sind, was passiert denn da mit den Liebsten. Und es ist eine sehr komplexe Arbeit, wo man sehr vielschichtig durchführen muss und auch da eben sehr viel Hände dazu braucht und auch Personen, Fachpersonen. Wie Yvonne schon bereits gesagt hat, oft sind diese Patienten auch im Delir, müssten dann auch entsprechend noch eins zu eins betreut werden, viel intensiver behandelt werden. Manchmal haben sie auch Schmerzen oder Angstzustände. Und sie müssen das auch so vorstellen, dass sie den ganzen Tag in diesem Bett liegen, also fast auch ein bisschen isoliert sind. Das heißt, sie brauchen dann Beschäftigung, eine gute psychologische und auch emotionale Unterstützung und auch ganz wesentlich der Kommunikationsaufbau, wieder miteinander sprechen, trotz oder mit der Intubation, nach der Intubation, trotz der Schwäche. Und wie diese ganzen Aufzählungen zeigen, sind das oft Patienten, die aus dem Akutbereich bereits raus sind, aber trotzdem noch sehr, sehr schwer abhängig und sehr krank sind. Und das ist dann dieser chronisch-kritische Bereich, wo sehr viel Fachwissen und Fachkompetenz eben zusammenkommen muss. Und deswegen bietet sich das an, auch hier bei diesen Patienten über diese Wichtigkeit der Interprofessionalität zu sprechen. Neben dieser Komplexität aufgrund der Krankheitsschwere kommt aber auch noch diese spezielle Umgebung der Intensivstation mit dazu. Man muss sich das eben vorstellen, wenn ich gesagt habe, die Organe müssen unterstützt werden. Das heißt, dass da auch ganz viele Geräte um den Patientenbett herumstehen, Überwachungsmonitore, Beatmungsgeräte, zum Teil vielleicht Nierenersatzgeräte, also die Dialyse mit ganz viel Infusionen, Medikamenten. Also das ist sicher vielleicht schon mal initial vielleicht befremdend und ja, auch sehr komplex. Es braucht ein sehr medizinisches, vertieftes Fachwissen, um diese Patienten betreuen zu können. Und was, denke ich, sehr, sehr speziell ist, dieses Unerwartete. Also es können schnell akute Veränderungen auftreten, vielleicht Komplikationen bei der Atmung, dass die Patientin plötzlich schnell atmet oder irgendwelche Komplikationen bei der Beatmungsmaschine entstehen. Mit Pneumonien können entstehen, Infekte oder eben dieses Delir, was ja sehr häufig ist auf der Intensivstation, dass die Patienten gar nicht das machen, was sie von ihnen möchten, dass der Kreislauf Berg- und Talfahrt macht. Und da müssen wir eben sehr schnell reagieren können. Das ist, denke ich, herausfordernd von dieser Umgebung. Es ist hektisch. Es ist immer viel Zeitdruck vorhanden und lärmig. Und ich möchte da vor allem aus Sicht der Patienten sprechen, oder wenn wir dort arbeiten tagtäglich. Für die kranken Patienten ist das sehr, sehr lärmig und laut, unruhig. Und das muss man eben sehr koordiniert vorgehen, dass man das einigermaßen im Griff hat. Und man sieht, dass diese Arbeit auf der Intensivstation eben sehr viele Hände- und Fachkompetenz braucht. Und ich habe hier nicht alle Berufsgruppen, die es braucht, auf diesem Bild dargestellt. Aber man sieht hier schon schematisch, dass es viele Personen sind, über Pflegefachpersonen, ärztlicher Dienst, Ergotherapie, Physiotherapie, Logopädie, Ernährungsberatung und auch vieles mehr. Und da braucht es eine sehr gute Koordination und einen sehr guten Austausch. Und diese Interprofessionalität, warte noch, Yvonne. Für die Sekunde. Diese Interprofessionalität, das ist einfach nicht nur so einfach da. Das muss man wollen. Und da muss man auch viel Arbeit reinstecken. Also das heißt, dass man wirklich Gefäße schaffen muss. Das haben wir heute ja schon angedeutet, dass diese verschiedenen Berufsgruppen in eine Richtung arbeiten können und auch flexibel gut organisiert auf die Patientenbedürfnisse eingehen können, und dass sie auch eine qualitative, hohe Versorgung gewährleisten können. Und dazu macht es Sinn, dass wir uns regelmäßig zusammensetzen. Sei es bei den normalen Visiten, die tagtäglich auch zum Teil mehrfach stattfinden können. Es gibt interprofessional Visiten, diverse andere Besprechungsgefäße. Es gibt Huddles während des Tages. Wo stehen wir? Was steht an? Wer braucht Hilfe? So, was ich hier mitgeben möchte, dass interprofessional Zusammenarbeit nicht einfach da ist, sondern dass gewollt sein muss und dass da auch sehr viel Energie reingesteckt werden muss, dass das gut funktioniert. Jetzt darfst du weiterblättern. Und diese Patientengruppe, diese chronisch-kritisch-kranke Patienten bieten sich eben sehr schön an, um die Wichtigkeit der Interprofessionalität herauszuheben. Und chronisch-kritisch-kranke Patienten, Patientinnen sind Patienten, die eben eine sehr schwere Erkrankung überlebt haben oder auch einen Unfall überlebt haben. Und diese Patienten, es gibt nicht eine einheitliche internationale Definition dazu, aber man kann sagen, dass sie eben diese Erkrankung überlebt haben und sie jetzt in so einen langwierigen Erholungs- und Genesungsprozess drinstecken. Und das ist so eine Art neue Krankheitsentität, also sind wirklich metabolische, Neuroendokrine, neuropsychiatrische oder immunologische Funktionsstörungen, die zum Teil zu einer bleibenden Organdysfunktion führen und deswegen diese lange intensivmedizinische Therapie, Pflege notwendig ist. Das kann Wochen bis Monate dauern, aber da muss man natürlich je nach Intensivstation, gibt es da sicher Unterschiedlichkeiten. Und die Relevanz von dem, das sehen Sie in dieser kleinen Übersichtstabelle, die Literatur sagt, dass das zum Teil 5 bis 10 Prozent der Intensivpatienten sind, diese CCI oder Chronically Critical Illed Patients. Sie haben eine sehr lange Aufenthaltsdauer, man spricht bis zu 50 Tage zum Teil. Sie haben eine sehr hohe Anzahl an Pflegetagen und was mir noch ganz wichtig ist, der Anteil der zur Verfügung stehenden Ressourcen, also die brauchen 30 bis 50 Prozent aller Ressourcen, zeitlich, wie auch persönliche Ressourcen, personelle Ressourcen, um wieder auf die Beine zu kommen. Und das ist sehr, sehr viel. Und hier zeigt sich auch, dass man einfach sehr viel Personal- und Fachkompetenz braucht für diese Patientenversorgung. Man sieht, die Mortalität ist trotzdem noch recht hoch. Nach einem Jahr spricht man zum Teil auch von 40 bis 50 Prozent. Und trotz allem bleiben bei den meisten auch noch funktionelle Einschränkungen vorhanden. Man sagt, dass nur bei 9 Prozent dieser Patientengruppe am Schluss keine Nachfolgen mehr erkennbar sind. Jetzt bitte weiterblättern. Diese Patientenbeispiele von der Frau Gugisberg und auch das, das ich bis jetzt geschüttet habe, wird auch sehr schön in der Literatur dargestellt, wenn wir von CCI-Patienten sprechen. Das sind diese vier Bereiche, wie körperlicher Bereich, kognitiver Bereich, psychologisch-emotionaler Bereich, sozialer Bereich, der beeinflusst ist. Und man sieht das links und rechts von den vier Kästchen aufgelistet, was ich eigentlich auch schon gesagt habe, wo wir überall diese Patienten unterstützen müssen. Und ich hebe jetzt einfach mal auch diese blauen Punkte hervor, wie Frühmobilisation, Weaning, Ernährung, hier Hintergrund die Dysphagie, Orientierung, Kommunikation, auch mit Schwerpunkt, auch mit der Unterstützung der Logopädie. Und da spielen Sie oder Ihr Logopäden auch eine sehr, sehr wichtige Rolle, um das auch vorwärts zu bringen. Und nicht zu unterschätzen ist auch hier das Thema psychologische Unterstützung, wenn man wieder das erste Mal sprechen kann oder auch Essen zu sich nehmen kann. Das ist für die Patienten extrem wichtig. Und da ist es wichtig, frühzeitig die Fachpersonen mit ins Boot zu holen, dass wir da auch vorwärts kommen in der Therapie. Ich möchte jetzt hier auf einen dieser Aspekte noch etwas genauer eingehen. Also Thema Ernährung und darunterliegend für uns jetzt als Logopäden das Thema Dysphagie oder eben diese Post-Extubations-Dysphagie, die eben sehr häufig anzutreffen ist bei Patienten mit Intensivstationen. Es gibt dazu eine sehr schöne Arbeit von Brodsky et al. aus dem Jahr 2020. Und die hier sechs Mechanismen herausgearbeitet haben, die man verantwortlich macht eben für diese Post-Extubations-Dysphagie. Also eben Traumen im Larynx, neuromuskuläre Schwächen, reduzierte Wahrnehmung, eingeschränkte Kognition, Reflux und diese Asynchronität von Atmung und Schlucken. Und wenn wir hier schauen, haben wir einfach mal markiert, wo die Logopädie wirklich auch integral ein Bestandteil sein soll im interprofessionellen Team. Bei unserer Patientin, bei der Frau Kuckisberg, sind es die reduzierte Wahrnehmung und neuromuskuläre Schwäche, die eben so ein Faktor sind, die bei ihr es sehr wahrscheinlich machen. Und natürlich, man im Verlauf auch gesehen hat, eben sie hat eine Dysphagie, nachdem man sie extubiert hat, respektive man konnte sie gar nicht extubieren. Man musste dann eben einen Schritt weiter gehen und sie sogar tracheotomieren. Aber eben, man sieht auch hier, auch die Patienten, die nicht tracheotomiert werden und von der Beatmungsmaschine weg entwöhnt werden, haben ein enormes Risiko, nach der Beatmung eine Schluckstörung zu entwickeln. Bei Frau Kuckisberg war es so, dass man sie versucht hat, von der Beatmungsmaschine wegzunehmen und man musste da aber abbrechen. Also man macht verschiedene Versuche und es ist bei ihr immer wieder zu Sauerstoffabfällen gekommen. Aus diesem Grund hat man sich dann dazu entschieden, also eben, sie war nach wie vor angewiesen auf die Beatmung, das kann man nur über ein gewisses Zeitfenster machen und man hat sich dann entschieden, dass man sie tracheotomiert. Also das heisst, dass man einen Luftröhrenschnitt macht und so eine Kanüle einsetzt. Optimalerweise wird spätestens zu diesem Zeitpunkt die Logopädie eingeschaltet. Gründe für eine Tracheotomie ist eben, wie das bei Frau Kuckisberg der Fall ist, so ein prolongiertes Weaning. Es kann auch sein, dass aufgrund von neurologischen Erkrankungen es immer wieder zu Aspirationen, Speichelaspirationen und sogenannten stillen Aspirationen kommt, also die wir von aussen nicht hören, weil die Patienten eben nicht husten, dass sie eine ganz schwere Dysphagie haben, Probleme mit dem Speichelmanagement. Entschuldigung, ich habe das ein bisschen falsch erzählt. Also der Grund für die Tracheotomie ist das prolongierte Weaning, aber diese Punkte unten sind dann die Herausforderungen, die wir neu haben aufgrund der Tracheotomie. Also eben, wir haben später das Problem mit einer Dysphagie, eben Probleme mit dem Speichelmanagement und die Kommunikation, die aufgrund der neuen Situation, also der Luftstrom geht ja direkt hier über diesen Schnitt in die Luftröhre. Das heisst, der ganze Bereich oberhalb von der Kanüle wird nicht mehr, also da kommt kein Luftstrom mehr durch. Das heisst, das bedeutet für mich, dass ich eben auch nicht mehr sprechen kann. Also hier unten bei der Kanüle gibt es einen kleinen Ballon, der aufgeblasen wird und der eben diesen Luftstrom direkt von der Kanüle über die Beatmung dann lenkt. Das heisst eben, die Patienten können nicht sprechen, wenn sie an der geblockten Kanüle sind. Und die Kanüle bringt weitere Probleme mit sich, wenn wir eben diesen Köpf oder diesen Ballon aufgeblasen haben, der Luftstrom fehlt, ist dieser ganze Bereich oberhalb der Kanüle durch den fehlenden Luftstrom verliert der Patient die Sensibilität, die Schluckfrequenz wird reduziert, also man spürt sich selber hier in diesem Bereich ganz, ganz schlecht. Speichel wird aber trotzdem produziert und es kommt dann im Verlauf eben dazu, dass sich dieser Speichel aufstaut, wie in so Pools, wir sprechen da von Pooling auch, Speichelpooling, und diese Pools, da hat es ja nicht extrem viel Platz in diesem engen Bereich hinten im Hals und es kann dann dazu kommen, dass dieser Speichel aspiriert wird und in die Luftröhre läuft. Um zu veranschaulichen, wie sich die Patienten fühlen oder wie es die Patientensicht aussieht, wenn man eine Kanüle hat, haben wir hier zwei Zitate zusammengetragen, die wir exemplarisch Ihnen zeigen möchten für diese Patienten. Im ersten Zitat heisst es frei übersetzt, als ich aus dem Koma erwacht bin, habe ich eine Weile gebraucht, bis ich verstanden habe, was eigentlich vor sich geht. Ich war verwirrt und ich habe ganz starke Medikamente bekommen. Manchmal konnte ich den Patientenrufknopf gar nicht finden und auch wenn ich wach war, war ich sehr verwirrt und dass ich nicht sprechen konnte, hat alles noch deutlich schlimmer gemacht. Der zweite Patient äussert sich so, es war sehr beängstigend, oder es war sehr beängstigend, man kann seine Bedürfnisse nicht auf den Punkt bringen, man muss schreiben und du fühlst gleichzeitig, Entschuldigung, jetzt muss ich da schnell, du fühlst dich gleichzeitig aber sehr schwach und hast keine Kraft, um schreiben zu können und normalerweise bin ich sehr gut in der Rechtschreibung, aber ich konnte mich in dem Moment nicht erinnern, wie man die einfachsten Worte schreibt. Selbst die einfachste Kommunikation ist sehr schwierig. Ohne deine Stimme kannst du deine Gefühle einfach nicht ausdrücken. Das zeigt einfach auch so diese Machtlosigkeit auch auf Seiten der Patienten durch die Kanüle und dadurch, dass sie eben nicht die Fähigkeit haben, wenn sie an der geblockten Kanüle sind, dass sie sich wirklich wieder ausdrücken können. Und so, das werden wir im Verlauf jetzt auch noch sehen, ist einer der ersten Schritte, dass wir versuchen, wirklich durch gute Kommunikation und eben auch durch gutes interprofessionelles Zusammenarbeiten so diese Machtlosigkeit, die Patienten daraus so schnell wie möglich wieder zu befreien. Und ich denke, das Schlagwort Kommunikation, wir haben jetzt hier die Perspektive von Patienten gesehen, die, denke ich, sehr betroffen macht. Und wir arbeiten auf der Interessiestation. Ich glaube, wir müssten auch ganz oft mal diesen Perspektivenwechsel machen, wie schlimm das eigentlich ist, wenn man dort schwer krank in einer total befremdlichen Umgebung liegt, sich nicht äußern kann, nicht sagen kann, wenn man Luftnot bekommt, Schmerzen hat und so weiter. Und Kommunikation auf der Seite des Patienten ist extrem wichtig, aber auch innerhalb vom Team ist es sehr wichtig für eine gute Zusammenarbeit. Also diese Zusammenarbeit ist zentral für einen guten Behandlungserfolg. Denn man muss sich das vorstellen, wenn wir in verschiedene Richtungen therapieren, dann macht das natürlich für den Patienten gar keinen Sinn. Deswegen müssen wir uns regelmäßig interprofessionell abstimmen und dabei auch eine klare Kommunikation leben. Und wichtig ist dabei zu verstehen, dass eben jedes dieser Teammitglieder mit seiner eigenen Fachkompetenz zu dieser Genesung beiträgt und wir an diesem interprofessionellen Team deswegen auch gut funktionieren müssen. Aber wie funktioniert denn so ein interprofessionelles Team gut? Also mir ist es wichtig, dass das keine leere Worthülse bleibt, sondern dass das gelebt wird. Und dazu braucht es eben, wie ich schon vorher angedeutet habe, ganz viel Arbeit und auch Grundvoraussetzungen. Jetzt möchte ich mit Ihnen mal diese paar Zahnräder durchgehen und das ist sicher nicht vollumfänglich. Man kann das sicher noch weiter auflisten, aber wo wir mal anfangen müssen, ist eine gemeinsame Sprache und eine offene Kommunikation. Und eine gemeinsame Sprache meine ich auch, dass wir zum Beispiel die Logopädinnen und Logopädinnen verstehen müssen, auch auf einer Intensivstation, wenn sie mit ihrer eigenen Fachsprache zu uns kommen, dass wir wissen, von was sie sprechen. Wenn wir zum Beispiel von Itzi sprechen, Yvonne, oder wenn man Ernährungskonsistenzen verordnet, dann müssen wir wie von gleichen Konzepten und Wörtern sprechen. Und wichtig ist auch, wenn man was nicht versteht, dass man nachfragen kann. Und hierzu gehört aber eine offene Kommunikationskultur, die man erarbeiten muss. Man muss Respekt haben, Respekt auch vor der anderen Fachexpertise, vor der anderen Fachgruppe und zwar einfach aus dem Grund, alle unsere Berufsgruppen haben sich in den letzten Jahren extrem stark weiterentwickelt. Wir haben sehr viele Evidenzen aufgebaut. Und wenn wir als Ärztinnen und Ärzte, Pflegefachpersonen, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und Logopädinnen und auf der Intensivstation arbeiten, das sind alles Fachpersonen. Und es ist mir wichtig, dass man denen auch zuhört und dann auch lärmbereit ist. Das ist eigentlich die Voraussetzung. Sonst müsste man dann eben nicht zusammensetzen. Man muss Vertrauen zueinander haben, dass man auch wirklich mal was sagen kann, wenn man was nicht versteht, wenn man auch an seiner Therapie ansteht. Im roten Zahnrad sehen Sie auch die eigenen Grenzen kennen. Wann komme ich nicht weiter? Wann muss ich jemanden dazuholen, um vielleicht eine schwere Dysphagie, aufgrund vielleicht einer fasciales Parese, weiter therapieren zu können? Und dazu gehört eben auch ein Arbeiten auf Augenhöhe. Ich habe das Wort zuhören im lilanen Zahnrad schon gesagt, aber diese Lernbereitschaft, also auch offen sein für mal neue Konzepte, ist auch sehr wichtig. Denn oft ist es ja wirklich so, das sind schwerkranker Patienten und oft steht man auch wirklich an und weiß gar nicht, wie weit. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir alle zusammen auch mal out of the box denken und auch Sachen ausprobieren, wo vielleicht nicht ganz so viel Evidenz wie RCTs vorhanden ist, aber wir einfach mal gute Erfahrungen gemacht haben und das einfach ausprobieren und dann auch gut beobachten, ob das beim Patienten funktioniert. Aber das A und O von dem Ganzen und da wieder auch diese Gefäße, die so wichtig sind, wir brauchen ein gemeinsames Ziel, ein gemeinsames Ziel als Team und auch für den Patienten, damit wir auch dort gemeinsame Werte und auch Kulturen weiterentwickeln können und am Schluss auch alle am gleichen Strick ziehen können. Und nur so können wir dann, wie in der Mitte, eine gemeinsame patientenorientierte Werterhaltung leben und umsetzen. Das darfst du blättern. Genau. Was ist nun die Besonderheit der logopädischen Arbeit auf der Intensivstation im Vergleich vielleicht zu Patientinnen und Patienten, die wir einfach auf der Normalstation betreuen? Ich finde, Sandra hat schon sehr schön dieses besondere Setting auch beschrieben, dieser Lärm, diese Hektik auch, die wir jetzt als Logopädinnen, ich habe eben das Bild vom Anfang noch im Kopf mit diesem Kind, die wir vielleicht eher aus dem pädagogischen Setting kommen, eben so diese Hektik und diesen Lärm überhaupt nicht kennen und tendenziell auch vielleicht so das normale Setting, dass man einen Therapieraum zur Verfügung hat und dann mit den Patienten in Ruhe arbeiten kann. Das ist einfach die Grundvoraussetzung, die auf der Intensivstation vom Arbeiten her ganz, ganz anders ist. Von der Patientinnenseite her ist es so, dass die Patientinnen und Patienten wenig belastbar sind. Sie sind eben schwer krank. Wir können unsere Therapie natürlich planen, wir sollen sie auch planen, aber wir müssen bei der Planung eine grosse Flexibilität haben und eine Offenheit, dass wenn ich zum Patienten komme, also erstens bin ich sehr eng in Absprache, wann ich zum Patienten gehen kann und wenn die Frau Guckisberg in dem Moment gerade abgeholt wird fürs Röntgen, weil genau jetzt das Röntgen wichtig ist, dann schaue ich, dass ich meinen Plan anpassen kann. Meine Übungen, die ich geplant habe, die kann ich teilweise nicht in der Form durchführen, wie das eben vielleicht evidenzbasiert vorgegeben wäre. Das heisst, ich muss den Umfang und die Kraft oder so die Intensität, mit der ich übe, reduzieren, damit die Patientin das überhaupt ausführen kann. Vielleicht kann ich eine Übung nur dreimal machen, auch wenn ich sie vielleicht 15 Mal machen sollte und so weiter. Auch da ist eine grosse Flexibilität und auch ein Erfahrungsschatz im Umgang mit diesen Patientinnen notwendig. Dann, der Fokus ist manchmal vielleicht etwas anders, also jetzt gerade in der Dysphagie-Therapie oder auch am Anfang beim Kanülenmanagement ist so ein wichtiger Schritt, die Schutzfunktionen, also das Husten und das Räuspern überhaupt wieder zu aktivieren. und da sind wir wirklich noch ganz an der Basis am Arbeiten und diese fehlende Stimmfunktion, die wir aufgrund der Kanüle haben, die uns eben auch in der logopädischen Arbeit beeinträchtigen kann und wo wir ansetzen und diese wieder aufbauen. Den aussergewöhnlichen Kontext habe ich schon gesehen und eben, ich denke, das Wichtigste an der Arbeit auf der Intensivstation ist wirklich eine gute Flexibilität, eine grosse Flexibilität, eine gute Beobachtungsgabe und dass wir für jeden Patienten individualisiert vorgehen. Das in dem Sinne unterscheidet sich nicht von der Arbeit auf der normalen Station. Ich mache auch nicht grundsätzlich eine andere Therapie, aber eben das Setting bringt gewisse Veränderungen mit sich. Nun möchte ich Ihnen ganz kurz einen Einblick noch geben in die Diagnostik, die wir bei diesen schwerkranken Patienten teilweise machen können. Also ich habe hier auf der rechten Seite die endoskopische Schluckuntersuchung schematisch dargestellt und die haben wir mit Frau Guckisberg auch mehrfach durchgeführt. Man geht dabei mit einem flexiblen Endoskop durch die Nase, bleibt hier auf Höhe vom Halszäpfchen oder von der Uvola stehen und hat dann ein schönes Bild hier auf dem Kehlkopf. Diese Untersuchung können wir am Stadtspital als Logopädinnen und Logopäden teilweise selbstständig durchführen am Patientenbett. Das ist eine delegierte Leistung von ärztlicher Seite an die Logopädie und das ist in einem Konzept natürlich verankert und unter Supervision möglich, dass wir hier wirklich sehr schnell diese bildgebende Untersuchung, die dann eben auch für die weitere Therapieplanung sehr wichtig ist, selbstständig durch und schnell durchführen können. Eine weitere Möglichkeit, die bei den Intensivpatienten eher selten zum Zug kommt, weil sie etwas belastender ist, aber die ich hier einfach ein tolles Bild oder ein tolles Video gefunden habe, das ich Ihnen gerne zeigen möchte. Das ist die Videofluoroskopie oder die Röntgenuntersuchung, wo wir den Patienten während des Röntgens etwas zu essen und zu trinken geben und dann eben schauen, ob der Speisebolus am richtigen Ort wieder herauskommt und welche Muskeln sich in welcher Art wegen und eben von daher auch wieder Rückschlüsse ziehen können, wo das wir therapeutisch ansetzen müssen. Ich zeige das Video relativ schnell. Auf der linken Seite sehen Sie dann einen Patienten, der mit einer geblockten Kanüle etwas versucht zu schlucken und auf der rechten Seite dann mit Einsatz des Sprechventils, also das heisst, der Atemweg ist physiologisch und Sie sehen dann eben die unterschiedliche, wie sich dann eben das Schlucken, wie sich das positiv auswirkt. Also links sehen Sie den Patienten, der versucht, mit geblockter Kanüle zu schlucken. Ich lasse es gleich noch einmal laufen und Sie sehen, wie mühsam das ist und wie schlecht hier auch dieser Speisebolus nach unten geht und wie der Patient auch aspiriert. Ich lasse es nochmals kurz laufen. Hier sehen Sie oberhalb der Kanüle diesen dunklen Faden von dem aspirierten Material. Ich zeige es noch ein letztes Mal. Und auf der rechten Seite, wo der Patient eigentlich relativ flüssig dieses Kontrastmittel dann auch schlucken kann. Nun eben, wie gesagt, die Diagnostik ist für die Therapieplanung sehr, sehr wichtig. In der Therapie, gerade mit Patientinnen und Patienten mit Kanüle und Schluckstörungen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir ganz früh starten. Also eigentlich versuchen wir mit der Tracheotomie direkt, also so bald wie möglich im Anschluss wieder zu trainieren, sobald es einfach von der Belastbarkeit von Patienten her auch möglich ist, weil eben durch die Kanüle die Muskelkraft schwindet, es zu dieser ICQ Acquired Weakness kommt, die Patienten auch aufgrund der Beatmung und dieser Blockung kognitiv häufig eingeschränkt sind. Wir haben Probleme mit dem Magendarmtrakt, weil die Ernährung meistens über eine Magendarmsonde sichergestellt wird und das eben auch diese ganzen Prozesse im Magen und im Darm beeinflusst, weil nicht gegessen und getrunken werden kann und eben sich die Kanüle natürlich auch auf die Atem- und Schluckmuskulatur auswirkt. Also die reduziert sich wirklich ganz eindrücklich schnell, sobald man diesen Bereich stilllegt. Wir beziehen uns in der Therapie auf dieses Prinzip aus der Neurorehabilitation Use it or lose it, also eben, dass wir versuchen, diesen stillgelegten Bereich wirklich so schnell wie möglich wieder ganz gezielt aufzubauen. Nun, wie machen wir das oder was haben wir auch konkret mit Frau Guckisberg gemacht? Zunächst mal machen wir eine Schluckabklärung, also wir haben hier die verschiedenen Bereiche, die wir therapeutisch auf der Intensivstation bearbeiten. Das ist eben ein grosser Bereich, das Schlucken und das Trachealkanülemanagement. Hier arbeiten wir ganz eng auch mit der Pflege zusammen. Ein Grossteil wird auch pflegerisch bereits übernommen und wir setzen da noch einmal unsere gezielten Akzente. Wir machen funktionelle Dysphagietherapie und was auch ganz wichtig ist, wir machen auch Beratung. Einerseits versuchen wir wirklich die Patienten immer mit ins Boot zu holen, wenn wir am Arbeiten sind, also sprich, wir erklären ihnen ganz genau, was und warum wir etwas mit ihnen machen. Wir beraten ihre Angehörigen, also wir erklären ihnen beispielsweise, was wir diagnostisch herausgefunden haben und auch sind wir ganz eng im Gespräch mit dem Team und besprechen mit ihnen zusammen auch die Ergebnisse unserer Therapie, was wir gerade gemacht haben, wie sich das ausgewirkt hat auf die Patienten und auch was wir geplant haben in den nächsten Tagen. Bei Frau Guckisberg stand vor allem das Speichelmanagement im Vordergrund, also sie hat wirklich ihren Speichel nicht mehr gut geschluckt und was wir da gemacht haben, ist zum einen, dass wir versucht haben mit Eis die Schluckfrequenz zu erhöhen und zum Zweiten haben wir mit dir mit diesem BioZoon, das ist so ein Pulver, das man in jedes Getränk mischen kann und wo man dann das aufschäumen kann und eben mit den Patienten zusammen Schluckversuche machen kann, die für die Lunge nicht zusätzlich belastend sind. Also das heisst, dass sie eben etwas zu sich nehmen können, das auch einen Geschmack hat, Entschuldigung, ohne dass eigentlich viel Material in Richtung Magen geht, in dem Sinne. Genau, weil es ist ja eigentlich aufgeschäumt, also minimalste Menge Flüssigkeit aufgeschäumt, das ist wirklich so Luft mit Geschmack, mit dem wir eigentlich hier arbeiten. Wir machen Kräftigungsübungen, um eben dieser Muskelschwäche entgegen zu wirken, also mit kräftigem Schlucken ganz gezielt oder eben auch mit solchen Spatelübungen, die man sehr einfach und niederschwellig mit dem Patienten machen kann. Auf Seiten der Kommunikation ist der erste Schritt, dass man versucht, überhaupt eine Kommunikation aufzubauen. Man schaut, was kann der Patient oder wo steht er jetzt im Moment. Wir versuchen, das Sprachverständnis zu sichern. schauen, wie reagiert die Patientin, kann sie adäquat auf meine Aufforderungen reagieren, kann sie adäquat Ja und Nein sagen. Das war bei Frau Guckisberg sehr unterschiedlich, manchmal ist das sehr gut gegangen und sie war total adäquat, andererseits konnte sie wirklich auch, manchmal hat sie einfach auch gar nicht kommuniziert mit uns. Da muss man häufig auch versuchen, eben über die Berührung zu arbeiten, den Blickkontakt zu sichern. Da arbeitet man wirklich an der kommunikativen Basis. Wenn die Patienten wach sind und die Aufmerksamkeit gesichert ist, kann man dann anfangen, beispielsweise wenn sie an der Kanüle sind und im Moment nicht sprechen können, auch mit Buchstabeln oder Kommunikationstafeln zu arbeiten. Das ist häufig erst im Verlauf der Fall. Der dritte Pfeiler, an dem wir gearbeitet haben, ist Atmung und Stimme. Diese Schutzfunktionen, Husten, Räuspern, die ich schon angesprochen habe und eben, dass man versucht, mit dem Entblocken, also dann die Stimmfunktion, also Entblocken und Sprechventil aufsetzen. Das ist, dass man eigentlich kurzzeitig hier unten einen Verschluss macht und so dem Patienten erlaubt, wieder den physiologischen Atemweg zu haben, sodass er eben auch wieder Stimme produzieren kann. Also das ist so eines der ersten Ziele. An diesen Punkten haben wir gearbeitet. Genau, und diese verschiedenen Professionen, wie eben das, was Sie jetzt alles gehört haben, was die Logopädie machen kann, was Sie beobachtet, was die Physiotherapie beobachtet und machen kann, Ergotherapie, wir von der Pflege und auch der ärztliche Dienst, das müssen wir irgendwann zu einem gewissen Zeitpunkt mal auf den Tisch legen und zusammen gucken, wo stehen wir, woran arbeiten wir, wo sind die Probleme von der Patientin. Und dazu bietet sich eben zum Beispiel so ein interprozessionelles Fachgespräch an, das ist bei uns wöchentlich einmal am Dienstag der Fall, wo wir zusammensetzen und bei der Frau Guckisberg waren eben das schon die Themen, wo Yvonne angedeutet hat, also wir gucken, wo stehen wir, das Thema Neurologie und Delir war halt immer so ein Thema, das fluktuiert natürlich sehr gerne und entsprechend müssen wir unsere Therapieausrichtung auch tagtäglich anpassen. Atmung, Zertretmanagement war bei ihr definitives Problem. Wir haben im Verlauf, weil es auch immer schwierig war, sie an die Sprechkanüle zu nehmen, als Sprechventil zu nehmen, war herausfordernd. Wir haben auch immer wieder überlegt, ob man sie vielleicht umkannulieren muss, ob der Platz neben der Kanüle trotzdem im Blocken ausreicht, das mussten wir evaluieren und wir hatten dann das auch angeplant gehabt, um eine Kanulierung vorzunehmen, damit wir dieses Weaning von der Maschine zum Weaning, dass wir immer mehr an dieser Sprechventil arbeiten können, erreichen können. Und all diese Therapien brauchen eine sehr gute Planung und da hat das Pflegefachteam eine sehr große Rolle und Funktion, um all das therapeutische Team zu koordinieren und zwar auch immer im Sinne von den Ressourcen der Patientinnen. Man kann immer den perfekten Plan haben und genau an dem Tag ist die Patientin erschöpft, ist total im Delir oder kann überhaupt nicht mitmachen. Also unser grober Fahrplan muss trotzdem noch tagtäglich angepasst werden und eben bei ihr war wirklich das Hauptziel Sprechventilphasen ausbauen. Bisschen kritisch schon, ich greife jetzt schon ein bisschen vorweg, Sie sehen das links an dem roten Verlauf, das soll so ein bisschen darstellen, diese erste Interpolisierte hat meines Erachtens sehr spät stattgefunden, also fast glaube ich vier Wochen nach Ips, also im Ips-Aufenthalt vier Wochen später. Da ist so die Kritik, dass es zu wenig systematisch ist, da muss wirklich irgendjemand denkt dann irgendwann mal dran, dass wir uns doch mal zusammensetzen, müssen, das ist denke ich, das müsste optimiert werden und standardisiert werden, aber was hier wirklich der Fokus ist, das ist dann der Text rechts, alle Beteiligten sollen den gleichen Informationsstand haben, wir müssen einen Informationsfluss optimieren, auch gut dokumentieren, wir müssen schauen, was wir optimieren können am Behandlungsplan, wie ich schon gesagt habe, out of the box, denken mal was probieren, wenn wir wirklich anstehen und individualisierte Behandlungspläne gemeinsam aufbauen. All diese Fachpersonen haben spezifische Assessment Tools, Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, die möchte man auf den Tisch bringen, wo stehen wir, wohin möchten wir und die Basis für das Ganze ist eben ein gemeinsames Ziel, wo wir auch uns regelmäßig updaten, wo stehen wir und wo brauchen wir noch Unterstützung. Unsere Basler Kolleginnen und Kollegen auf der Intensivstation haben da wirklich ein sehr, sehr gutes Konzept erarbeitet, sie haben so ein Projekt aufgebaut, so ein Programm zur Frührehabilitation und das soll dieses Übersichtsblatt zeigen, also man sieht oben schön den zeitlichen Verlauf ungefähr, wie ich von der Definition bei CCI gesagt habe, ab Tag 8 reden wir von diesem chronischen Bereich. Und es sind alle Fachgruppen vertikal eingebaut, also Pflegefachpersonen, Ärztlicher Dienst, Physiotherapie, Logopädie, Ergotherapie und es ist schön standardisiert, strukturiert, geplant, wann welche Person mit welchen Inhalten dazukommt und somit ist es nicht so willkürlich, sondern geplant und das ist denke ich ganz wichtig, wo wir im Akutbereich sehr gut sind, wir haben für viele Sachen Checklisten, Orientierungshilfen, was müssen wir wann machen, aber wenn wir diesen chronischen Bereich reinkommen, da fehlen auch diese Gedankenstützen und das müssen wir auch, wie unsere Basler Kollegen im optimalen Fall eben strukturieren, koordinieren und besser ausbauen, dass wir wirklich mit dieser interprofessionellen frühere Rehabilitation so früh wie möglich auf der Intensivstation anfangen können. Herausforderungen, das denke ich, möchten wir auch nicht abschlagen, es ist nicht immer einfach, wenn wir so viele Personen an einen Tisch bringen wollen, natürlich ist immer das Thema Nachhaltigkeit von unseren Entscheidungen das Thema, dann haben wir was besprochen bei der Interprofession-Visite, aber drei Tage später weiß das schon wieder keiner, da braucht man auch wirklich sehr viel Erlern, um dahinter zu bleiben, es muss gut dokumentiert sein, es müssen alle dahinter stehen und was ich auch noch so aus der Praxis ein bisschen sagen kann, oder man kommt ja als Pflegefachperson, als Therapeuten und Therapeutinnen dazu und gibt eine Empfehlung ab und am Schluss muss ja gleich der ärztliche Dienst das dann verordnen und das ist denke ich auch eine ganz wichtige Schnittstelle, wo man sich gegenseitig verstehen muss und auch die Durchführung dann begleiten muss, dass das auch so verordnet wird, dass das am Schluss auch jeder versteht. Der Informationsfluss ist sehr wichtig hier, mit die vor allem auf Schnittstellen zu sprechen kommen, elektronische Schnittstellen, die im Intensivbereich arbeiten mit dem PDMS auf der Abteilungsebene, KISIM- Therapien auch oft im KISIM, da muss man wirklich sehr gut gucken, wie die Informationen weitergegeben werden und was auch herausfordernd ist, klar, die Therapeuten haben einfach ein enges Zeitfenster, wir Pflegefachpersonen sind natürlich sieben mal 24 am Patientenbett und da müssen wir auch gut gucken, wie wir diese Empfehlungen von den Therapien, Logotherapie auch dann wirklich verstehen und umsetzen können. Das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Faktor, wo gut funktionieren muss und da macht es natürlich Sinn, wenn wir voneinander wissen, was macht eigentlich die andere Berufsgruppe, was möchten wir voneinander wissen, was muss auch die Logopädie wissen, damit sie von den Patienten, damit sie auch in diesen halbstständigen Fenster ihre Empfehlungen abgeben kann. Und wir müssen auch verstehen, wenn sie, ich bleibe immer bei dem Wort itzi hängen, wenn zum Beispiel Kostkonsistenz irgendwie empfohlen wird, müssen wir einfach die gleiche Sprache sprechen. Und natürlich wäre es sehr sinnvoll, wenn wir auch diese gemeinsame Behandlungspfad an einem gewissen Punkt dann auch evaluieren und überprüfen, ob wir in die richtige Richtung gehen mit der Patientin. Genau. Die Interprofessionalszusammenarbeit hört nach der Interseestation nicht auf. Wir müssen diese Patientin natürlich auch verlegen. Die Pflegefachpersonen, der ärztliche Dienst und die Therapeutinnen von der Abteilung übernehmen einen hochkomplexen Patienten, wie in diesem Fall sogar eine kandulierte Patientin. Auch hier ist die Schnitzschel sicher eine Herausforderung, wobei ich sagen muss, seit Einführung KISIM hat sich das, indem wir ins gleiche Dokumentationssystem schreiben, hat sich das, es ist wirklich eine sehr gute, sehr gute, große Erleichterung. Die Patientin wird zum Teil auch durch uns intensiv Pflegeexperten mit begleitet oben, dass auch das Thema Kanüle und Kanülmanagement weiter optimal laufen kann. Da unterstützen wir uns sehr stark, auch zwischen Pflegeexperten von Abteilungen und auf der Intensivstation. Die Kanüle konnte im Verlauf eben entfernt werden. Die Patientin ist auch belastbarer geworden. Sie hat viel mehr Kraft bekommen. Das heißt, auch die Therapie konnte ausgebaut werden. Das Zellier hat immer weniger stattgefunden. Die Patientin ist aufgehellt, ist klar geworden und auch die Mobilität konnte ausgebaut werden. Klickt nochmal, Yvonne. Das heißt, diese Zusammenarbeit, alle an einem Strang ziehen, das hat sich wirklich gelohnt bei der Patientin. Das hat sich sehr schön gezeigt am Schluss. Und zu diesem Erfolg, da unterstützt uns auch sehr klar und sehr klar die Literatur. Einerseits das multidisziplinäre Team wird hervorgehoben, unter anderem auch bei Trachtomierten. Auch wenn es vorwiegend Beobachtungsstudien sind, wird es glanzklar ersichtlich, dass diese Zusammenarbeit im Sinne der Trachtomierten Patienten was bringt. Das heißt, die Dauer der Trachtomie ist kürzer, also signifikant kürzer. Die Aufenthaltsdauer könnte reduziert werden, und zwar nicht nur während der Intensivstation, auch Gesamthospitalisationsdauer. Wenn wir zusammenarbeiten, ist der Einsatz vom Sprechventil schneller und länger. Das heißt, auch dort wieder aus Perspektive der Patienten ist die Lebensqualität, dass sie sprechen können, noch schneller, der Kopf, den ganzen Racherraum wieder mit Luft versorgt wird, die Delir-Inzidenz, das nimmt ab. Das heißt, auch dort die Versorgungsqualität und die Lebensqualität der Patienten nimmt zu. Und natürlich, wenn die Patienten kürzer Trachtomiert sind, nehmen auch die Komplikationen oder unerwünschte Ereignisse ab. Und was man auch gesehen hat, durch diesen Austausch, Interpretationen, Austausch, steigt auch das Fachwissen Intim. Das heißt, auch dort das Thema hygienische Entköpfen, Sprechventil, Pessimulventil. Wir haben auch schon selber im Team gemerkt, wir haben uns wirklich in den letzten Jahren sehr stark weiterentwickelt. Es ist, denke ich, ganz wichtig, dass wir über diese gemeinsamen Themen auch am gleichen Tisch diskutieren und Behandlungspfad erstellen. Und frühe logopädische Abklärung, das ist, denke ich, auch eine neuere Studie aus Japan, die hat sehr klar zeigen können, dass je früher die Logopädie einbezogen wird, desto weniger haben wir Aspirationspneumonien und auch spätere, weniger Dysphagie gradschwere, als wenn sie eben später ins Boot holen. Komm, jetzt. Entschuldigung, jetzt habe ich ein bisschen zu früh geklickt. Genau. Ja, was wir Ihnen somit gerne nach Hause mitgeben möchten, ist, dass eben ein gutes, interdisziplinäres Zusammenarbeiten wirklich auch diesen Patientenoutkommen verbessern kann und dass man das eben auch belegen kann mit Studien und dass es mithilft, die Liegedauer und die Kosten zu reduzieren, was ja im heutigen Gesundheitswesen mit diesem ganz enormen Kostendruck gerade auch bei diesen schwer kranken Patienten ein sehr, sehr gutes Argument auch ist, eben, dass man wirklich in seinem Spital ein gutes interprofessionelles Team zusammen aufstellen sollte. Genau, weil die Ressourcen in der Logopädie sind immer ein, ja, sind immer knapp und das ist, denke ich, wirklich ein Argument, das uns auch hilft, dass wenn wir mit dabei sind, dass wir hier wirklich ein Puzzleteil sind, das mithilft, auch Kosten zu reduzieren. Wichtig dabei, das denke ich, hat Sandra auch sehr schön gezeigt mit diesen Zahnrädern, sind die gemeinsamen Prozesse. Ganz, ganz wichtig ist auch die gemeinsame Sprache, also dass wir wirklich uns, dass wir wissen, von was wir sprechen und uns da über die Jahre auch angleichen, Weiterbildungsmöglichkeiten haben, Austauschgefässe haben und so auch gut verstehen und dass die Schnittstellen gut funktionieren. Und ich denke, da jetzt wollten wir wirklich auch dieses Modell aus Basel zeigen, dass nochmal einen Schritt weiter geht und sehr strukturiert vorgeht, dass eben auch gerade diese Langzeitintensivpatienten wirklich optimal begleitet werden können. Und das ist so eine Möglichkeit, wie man das noch weiter optimieren kann. Ja, somit sind wir bereits am Schluss dieser heutigen Veranstaltung. Ich möchte Ihnen gerne noch zwei wichtige Themen mitgeben. Also zuerst möchte ich mal dir, Sandra, ganz, ganz herzlich danken für diese wirklich tolle Zusammenarbeit. Es hat grossen Spass gemacht, dieses Webinar zusammen mit dir zu entwickeln und heute auch hier zu präsentieren. Ich danke dem Team von der HFH, die dieses Webinar möglich gemacht hat, namentlich Steph Ellig und Sharon Keller, die uns jetzt heute hier sehr schön unterstützt haben und aber auch dem Team, das das 50 Jahre Jubiläum Logopädie initiiert für die Unterstützung und dass wir eben das heute hier auch machen konnten. Vielen Dank und Ihnen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nun möchte ich... Ich wollte noch ganz kurz vom Chat her, da ist nichts drin, aber falls doch noch jemand Fragen hat, haben wir ja dann noch ein paar Minuten. Hätten wir noch die Möglichkeit, Fragen zu beantworten? Absolut. Gut, ich möchte noch auf zwei Sachen gerne hinweisen. Von unserem Berufsverband, dem DLV, Deutschschweizerischen Logopädinnen und Logopädenverband, gibt es einen tollen Film, der auch entwickelt worden ist, zusammen mit dem Paraplegikerzentrum in Notwil, den man hier über diesen QR-Code direkt anschauen kann oder eben über die Seite des Berufsverbandes und eben im Rahmen des Tags der Logopädie, der dann am 6. März, am Montag stattfindet, werden noch weitere Veranstaltungen auch dort auf der Homepage angezeigt. Und eben das 50 Jahre Jubiläum an der HFH. Hier werden im Jubiläumsjahr noch weitere Veranstaltungen stattfinden. Informationen finden Sie dazu auf der Homepage, auf diesem Link, den ich hier angegeben habe und dass Sie sich das Programm anschauen können. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.